Autsch. So nicht. Na toll, wo will ich jetzt noch Lebensenergie dann herkriegen für den Bossfight? Ich kann den noch niemals mit dem Buster schaffen. So, jetzt noch ein Stück zurück. So, genau so. Ah, ist das gut. Oh, ist das sehr schön. Ah, ich bin durch. Ich bin durch. Ich hab's geschafft. Brüm, brüm. So, jetzt nur noch Rushy. Ja, genau, den Rushcoil will ich. So, benutze ich's? Nein, ich benutze erst mal das da. Und dann sehen wir weiter. Autsch. Autschen. Au. 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 Ballade ist kacke. Haha, aber es geht. Ähm, es ist nur trotzdem etwas beschissen, aber ansonsten ist dieser Boss anscheinend machbar. Ich werde ihn wohl wahrscheinlich jetzt in diesem Stückchen hier nicht schaffen, aber... Autsch. Haha. Wow, fuck. Autsch. Oh, es könnte knapp werden. Autsch. Nein, wird's nicht. Oh, Mann. Nein. Na, komm. Nein. Okay, okay. Ich mach ihn mit dem Buster, denn er ist nicht so schwer mit dem Buster. Das Einzige, was an diesem Boss kacke ist, ist nicht der Boss, es ist die Stage. Und ich hab... Und ich weiß nicht. Meine Beziehung zu meinem E-Tank, wie ihr mitgekriegt habt, ist sehr, sehr angespannt. Wir reden gar nicht mehr miteinander. Ach, das muss geändert werden. Ah. Ah. Und... Na! Ja! Brah! Haha. Düp-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Aber ich freu mich. Ich kann nämlich diesen Boss besiegen, denn er ist nicht so schwer, wie man denkt. Es ist ein einfacher Boss, auf einmal. Im Gegensatz zu diesen zwei... Nein! Nein! Lasst mich in Ruhe, ihr scheiß Stacheln. Ihr... Ihr könnt mich mal. Ihr... Ihr seid so... Stachelig. Ihr seid mich viel zu stachelig, ey. Ihr kack Spikes of Instant Death. Wenn man es so sagen will. Statt Stacheln. Haha. Jetzt bin ich mal richtig übel gewesen. Boah. Und den mach ich auch platt. Bam! 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 Butsch! Nein! Och. Jetzt... Jetzt reicht's aber wirklich mal. Wieso? Wieso das Ganze? Und wieso benutze ich da nicht Rush, wenn ich könnte? Vielleicht könnte ich. Könnte ich vielleicht? Hm. Ich sollte nachsehen, ob ich könnte. Wusch. Nö, da ist nix. Also hier benutze ich keinen Rush. Das wäre mir zu riskant. Und ich glaube nicht, dass das wirklich was bringen würde. Haha. Krieg's mich nicht. So. Und jetzt... Ratatatatatatong. Genau so. Und jetzt hier oben. Ratatatatatatatatong. Jetzt werde ich sehen, ob ich den Rush-Jet irgendwie unterbringen kann in dem Ganzen. Ja, nein! Okay. Okay. Ich hab's verstanden. Es geht nicht so ganz so einfach. Aber es ist möglich, würde ich sagen. Ich... Ich sag, es ist möglich. Also ist es das auch. Und wenn es das nicht ist, dann... Denk ich mir schon eine Strafe für mich aus. Dann tue ich was ganz, ganz Böses. Was ganz, 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 ganz... Ne, ne, ja. Was, 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 was für mich Böse ist natürlich. Also natürlich irgendwas, was... Ah! Was mir sehr, 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 sehr schadet. Was mir sehr viel Zeit raubt und was... Nicht lustig ist. Hm. I wanna be the guy. Let's play I wanna be the guy. Wenn ich's nicht schaffen sollte. Ja gut, ich weiß, dass ich's schaffen werde. Deswegen ist das eigentlich ne fiese Wette. Ja, ändere doch um. Passiert ja nix. Wow, wow! Es ist möglich! Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Nicht die ganze... Der ganze Weg, wie's aussieht. Aber ich will... Ich will, dass es möglich ist. Ich muss es... Es muss... Ne, den ganzen Weg werde ich nicht mit Rush schaffen. Auf einem Mal. Mist. Okay, okay. Dann wird sich in meine Warteliste also einreihen. I wanna be the guy. Ich muss es nur noch zum Lauf kriegen. Dann... Machen wir das. Also, es stürzt nämlich ab und zu ab auf meinem Rechner. Und das ist nicht schön. Das ist... Das geht nicht. Kann doch nicht wahr sein. Hm. Na okay, jetzt mach ich's wieder ohne Rush. Und... Ich könnte Rush auch vielleicht bis zu einer bestimmten Stelle benutzen. Und dann nicht mehr. Und... Oh, das war knapp. Oh, war das knapp. Und das... Das ist sehr, sehr unknapp gewesen. Und jetzt wird's wieder richtig... Richtig wird's halt. Also, ich weiß auch nicht, was es wird. Aber es wird... Es wird so... So sehr, dass ihr gar nicht glaubt, wie sehr es wird. Das... 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 Das wird euch umhauen. Wahaha... Die ganzen... Rombeln. Die hätten sie ruhig öfter im ganzen Spiel benutzen können. Also, mir gefallen sie. Diese... Torpedo-Bomben, die nur da stehen und sich drehen. Ja, weil sie sich... Weil sie sich drehen. Sie bewegen sich. Deswegen sind sie so gut. Hey, warum hast du mich hier so lange sitzen lassen? Äh, du kennst das Thema. Äh... Ich hab ein bisschen länger gebraucht. Weißt du schon? Ja, ja. Das ist ja bei dir immer so. Du brauchst bei allem länger. Du... Du brauchst ja länger, um dich anzuziehen. Zum Beispiel. Morgens. Ah... Aha. So. Ah... Nein. Es ist schon wieder zu. Ja, hättest du mal schneller gemacht. Siehst du? Du brauchst für alles so lange. Boah, bist du... Du bist so ein Lahmarsch, ey. Nun, lass mir hier in Ruhe. Ich lass mir halt Zeit. Ich bin halt nicht... Ich bin halt konzentriert dabei. Äh... Ja, konzentriert dabei würde ich jetzt auch sagen, wenn ich du wär. Ach. Halt's Maul. Ja, äh... Ihr seht, die Stimmung zwischen mir und meinem E-Tank ist immer noch nicht besser geworden hier. Die Spannungen sind noch da. Ey, Alter! Redest du über mich, während ich anwesend bin? Das ist ja aber un... Ey, das ist sowas von... Belastend. Du bist echt scheiße. Ja, du auch. So. Hm. Und... Jetzt geht's kaputt. Und gleich bin ich wieder am Ziel. Haha. Ja, ja. Ich schaff's noch eh nicht. Obwohl er so einfach ist. Ey, dem würde ich mit verbundenen Augen schaffen. Wenn ich einen Buster hätte. Aber du bist nur ein E-Tank. Du hast keinen. Du kannst mich mal. Und ich werde dich benutzen. Nein, wirst du nicht. Doch, werde ich. Nein, wirst du nicht. Warum sollte ich nicht? Weil... Ich benutze mich selber. Kannst du gar nicht. Dann benutzt der andere Typ mich. Irgendwer wird mich schon benutzen können. Haha. Nein. Na. Du wurdest getroffen. Du wurdest nochmal getroffen. Hm. Jetzt reicht's aber. Ah. Au. Ich wurde... Ich werde hier echt getroffen. Äh. Das ist gar nicht schön. Au. Okay. Jetzt benutze ich dich. Nein. Tu's nicht. Nein. So. Weg ist er. Oh. Ist das... Ist das ein Kampf? Ein verfickter geiler Kampf. Er tut nichts. So wirklich. Dieser Boss. Aber er kann kämpfen. Ein bisschen. Ah. Nein. Kann er natürlich nicht. Aber was soll's. Er ist da. Und ich bin fertig. Ah. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Mit dem Einsatz meines ungeliebten E-Tanks. Der nur dafür da ist, dass ich ihn benutzen kann. Und nicht dafür, dass ich mit ihm rede. So. Äh. Das hätten wir geschafft. Es hat nicht so lange gedauert wie die anderen Special Stages. Glaube ich. Oder doch. Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Ich werde das jetzt schneiden. Ich werde es hochladen. Und was ist mit den anderen Videos? Das kann ich auch mal gleich sagen. Jetzt im Moment sind... Naja. Ist Part 3 am Hochladen. Also. Scheiß drauf. Tschüssi Kowski, ne? Alles in Buddha. Morgen geht's weiter mit Donkey Kong Land.